ja mo mo leute euer zero hier und herzliche willkommen zu let's play halo 5 auflegen der momentan im kampf um zunarion oh shit oh shit ich glaube da bringt mir das sniper wenig würde gerne das geschütz rankommen oder so okay wir haben jetzt nicht die waffen die wir brauchen jetzt einfach weggestoßen ich bin aber weg okay da muss mir jetzt was einfallen lassen ich werde höchstwahrscheinlich alles rein pumpen was ich habe ich hoffe dass ich irgendwas damit anfangen kann ansonsten muss ich munition suchen okay das war ein kurzes vergnügen wir haben da hinten noch ein geschütz zu stehen das könnte helfen dann müssen wir dafür an den jägern vorbei war das auch noch ein geschütz okay das war knapp hier hätten wir doch eine ersatzsniper das geschütz nehmen wir mal an uns dass wir nur gucken wie wir rüberkommen ach gar nicht wieso ich gerade die granaten nicht mitgenommen habe kann ich mir nicht irgendwie vorstellen wie das funktioniert hat aber egal ich kann versuchen sie mit dem geschütz zu penetrieren ich bin aber alleine wenn ich sterbe nicht tot hört sich logisch an ist auch so ich könnte sie auch versuchen runter zu schubsen das wäre quasi die alternative habe ich sehe hier nicht irgendwo waffen die ich sonst gebrauchen kann was soll bis holen helfen wir auch nicht weiter okay so viel zu dem plan ich kann nur versuchen sein hals zu treffen oder sein rücken im besten falle ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie ich ihn ohne spezialwaffen fertig machen soll aber ich glaube ich habe was gesehen es ist nicht die waffe ich wollte ist denn ein banshee nee das sah nur aus wie ein banshee okay leute okay ich versuche die viecher erst mal hier fertig zu machen oh scheiße er ist wütend geworden jäger erledigt wir müssen wieder hoch da kommen grunts aufzugstür alle man auf den left ich habe nichts an waffen nichts ach ja danke uch hier spricht kip pitland jetzt verstehe ich es der wächter ist mit allen umliegenden Städten verbunden viele fürchten ihn sie denken er wird uns zerstören ich aber glaube er ist unser wahrer Gefährte für die große Reise ich meine einer glaubt noch dran und das ist schon dumm ich dachte da wäre ein weg gewesen okay wir haben keine waffen ich weiß auch nicht wo ich mein zeug abgeladen habe ich weiß dass ich hier irgendwo nur Sniper liegen gelassen habe gut ausgerüsteten Sniper und Flakke schütze für Multiplayer würde ich sagen oh ja geil aber für die Kampagne tschüss oh es ging schnell gebieter spartenlok hier hören sie mich spartenlok ich bin dein wächter sie schlachten alle ab gebieter das war nichts wir sollten jetzt in der nähe des wächters sein und wenn wir dem gebieter helfen können werden wir aber nicht wenn wir den wächter verpassen den schief zu erreichen ist wichtiger ich bin gespannt und wenn wir den wächter verpassen was ist unser plan b den schief zu finden wir haben wohl den ganzen spaß verpasst ich bin passiert ja ohne ich bin falsche gebieter tschöten tschöten Okay, ähm, die sind alle ein bisschen krank drauf, ne? Ich mein, die sind am sterben und die wollen immer auf den falschen Gebiet, äh, das ist Religion, Freunde, das, das ist Religion, also. Ich hab schon mal meine Auffassung von dieser Religionsscheiße da erzählt, ich werd's nicht mal erzählen. Wo ist denn der Wächter jetzt? Da, im Ozean! Der Wächter steigt empor! Gebiete, der Wächter ist... Achtung! Hm! Okay. Der Wächter fliegt nicht ohne uns ab! Los, Osiris! Lauf! Lauf! Passt bloß auf! Shit! Oh Gott! Korvette im Anflug! Los! Mega! Egal! Vorsicht! Gleichwert! Hoch! Hoch! Warten! Oh, Mist! Rechts! Nach rechts! Nach rechts! Das ist der zu rechts, das ist links! Okay, beeilen wir uns! Gesehen? Sind das Prometheaner? Krabbler! Mega halt, ich hab nicht die Waffen für Krabbler! Die Uhr tickt! Los, sonst verpassen wir unser Taxi zum Schiff! Gebiete! Sparkens! Prometheaner! Wir sind fast beim Wächter! Sie können uns nicht mehr aufhalten! Wir müssen uns einen Weg zum Wächter bahn, bevor ihr startet! Das ist grad ein schlechtes Gebiet für mich! Okay, ganz gemütlich! Gucken wir mal, wie wir hier ausrotten werden! Ach du Scheiße, was da alles kommt, ne? Alle Gebiete kann nicht sterben! Das ist gut! Ich hoffe, die ist so krass zu bewegen, Mann! Ah, da ist mir die Mutze rausgegangen, das meine ich damit! Die Kampagne ist das eher schlecht! Ja, das bringt auch nichts! Ja, das ist schon viel besser! Was, von wo wurde ich... Meine brauche Hilfe! Leute! Buck! Vale! Jemand bockt mich wieder zu beleben? Oder wollt ihr alle sterben? Was doch, danke! Geht doch! Immer weiter, Cyrus! Wir sind fast beim Wächter! Die dritte Zündung! Der Wächter wird jeden Moment verschwinden! Hauptsache, der Wächter ist noch da! Wir haben noch Zeit! Kann ich doch nicht einfach hinrennen? Wie so ein kranker Psycho? Also, ich bin hier! Nein! Nein! Aufhalt nicht dabei runter! Tanaka? Achso, teleportier dich halt einfach mal! Ach, Leute! Okay, wir müssen sie halt... Ich denke mal, das ist gescriptet! Wir müssen sie aufhalten! Spass! 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 Ich bin hier! Wir sind fast beim Wächter! Sie können uns nicht mehr aufhalten! Wir müssen uns einen Weg zum Wächterbahn, bevor ihr startet! Leute! Leute! Eine Panzerung blockiert! Oh, diese Wiesen! Könnt doch einfach warten, dass der Gebiet alles fertig macht. Zum Beispiel Wäre halt eine Möglichkeit Mit den Waffen kann ich halt nicht viel anfangen Damit schon Ja, habe ich ihn gekriegt Immer weiter Osiris Wir sind fast beim Wächter Habe ich ihn getroffen? Ohne Präzisionswaffe, ohne Präzisionswaffe ist das echt mies hier Die dritte Zündung Der Wächter wird jeden Moment verschwinden Hauptsache der Wächter ist noch da Wir haben noch Zeit Ich gebe mein Bestes Es kommen immer mehr Ich glaube ich mache es hier No-Shield und ihn töne jetzt mit euren Präzisionswaffen Ich hätte auch gerne eine Ja, du Scheiße Ich habe eine Waffe weggeworfen, die ich nicht wegwerfen wollte So Das ist einfach zu viele, das kannst du mir nicht erzählen Und die chillen da, guckt es euch an Könnt ihr chillen? Aber nein Es kommen einfach immer mehr und immer mehr Getroffen Ja, da habe ich eine Menge getroffen Wie viele denn noch? Oh, da kommt gleich was Größeres Das ist nur so ein Gefühl Das heißt, ich spare mir die Waffe auf Für den Fall der Fälle Und die auch Am besten alle großen Waffen aufsparen Oh, im Himmels Willen Was hat mich getroffen? Was haben wir denn hier unten? Nichts Na gut Hauptsache ich sterbe nicht So, noch einer weniger Jetzt meinte ich mich ja noch mal kalt hier Das Ding ist hier Wir haben uns doch getötet Keine Zeit für Diskussion Töte Dino Cyrus Okay Darauf habe ich gewartet Das war Nummer 1 Shit Schnell Wir müssen die Wächter loswerden da Die kleinen fliegenden Viecher Ansonsten schützen sie und heilen ihn die ganze Zeit Aber nicht auf mich Ich sterke reden jämmerlich in eurem Verstecken Was hat mich getroffen? Ihr müsst überleben Alles in Ordnung Ich helfe dir Das Systeme versagen Eriktivend Hier Nimmst Okay, hier bin ich in Sicherheit Auch Meldung wird euch nicht retten Ich würde den gerne wegkriegen Aber ich habe keine Präzisionswaffe Shit Oh Gott Kleine Mistviecher hier Hilfe Hilfe Nein Irgendjemand Schnell zu mir Eine neue Waffe wird dir auch nicht helfen Ah Mist Ich bin out of money Nein, nicht auf mich Los Schlammhassel Selber Schlampe Du kannst mir nicht stammen Okay, die Springer sind weg Ihr werdet nicht verschont Erzählte Irrelevant Jetzt haben wir die bessere Position Muss man schon dazu sagen Ich glaube ich bin das Fiech Der Rücken ist mir scheißegal Fuck Es kommt einfach noch mehr Oh Mist Ich weiß genau Ich weiß genau Wo ihr euch versteht Ich bin unschuldig Du wirst zerschönen Irrt was visiert mich an Nein Ach komm Mir scheißegal Belieb mich wieder Ich muss diese Fiecher erstmal unten platt machen Die Hilfe Die haben die Waffen Die ich brauche glaube ich Ach shit Ihr könnt euch nicht verstecken Na gut Wollt wenigstens gutes Timing Ihr stellt euch mir nichts gegen den Weg Könnt ihr jetzt gleich nochmal sterben Der Springer hat versagt Sehr schön Der Springer hat versagt Das ist sehr gut Ich dachte ich bin in Sicherheit Weißt du Dann dreht mich um Und bin tot Keine Sorge Ab dich Starkes Mann Okay Ich hab Munition Überliegt noch Zeug für mich rum Es kann nur gut laufen Es ist scheiß Kackficht da oben Oh Gott Oh Gott Na komm Steh wieder auf Das Ding muss leiden Nein Okay Wenn mich jetzt jemand wiederbelebt Ist alles gut Scheiß auf Buck Okay Jetzt kommt die nächste Salve Verdammt wir müssen da rauf Erst kümmern wir uns um den Wärter Feuer konzentrieren Gut dass wir den Gebieter haben Der lenkt alles auf sich Das ist gut Genesys Der planet hier hat Genesys Das ist Genesys Das Ziel des Wächters Oh Oh Aber da will auch mit Sind an Bord Festhalten Augen auf Sie verpassen ja den ganzen Spaß Ist jetzt schon das zweite Mal Oh wir zählen also mit Sie haben einen Versuch Wir sind bereit Commander Jetzt Alles klar Palmer Look Look how cool Bring sie zur Strecke Heute löschen wir die Allianz aus Bürgerkrieg Alter Was für eine Szene Genesys 28. Oktober 2558 Plusfeder Installation Was das Wo sind wir Magnetstiefel aktivieren Wie auf der Seite eines Wolkenkratzers zu stehen War nicht gut Das wird schon Und der Chief ist da unten Finden wir es raus Spartan Jameson Lock Sender auf allen UNSC Frequenzen Sierra 117 Bitte kommen Wächter bewegt sich Bewegung Wir müssen weiter runter Bevor wir sicher abspringen können Krabbler voraus Weiter schießen und rennen Oh Gott Oh ich falle Tschüss Tschüss Bleibt in der Mitte Und achtet auf Lücken Naja Ich bin nicht so weit gekommen Um jetzt aufzugehen Schneller Wenn die zu mir kommen Können sie mich wirklich Können sie mich wiederbeleben Na gut Freunde Ähm Wir sehen uns morgen wieder Ähm Dabei entkommen sie dich vom Vächter Ähm Ich freu mich drauf Haut rein Euer Zero Tschüss Not